Es regnet immer noch. Hört das denn nie auf? Tropf, Tropf, Tropf. Sehr witzig. Draußen geht die Welt unter, alles versinkt im Wasser und die edle Dame macht ihre kleinen Witze. Alles versinkt im Wasser? Seit wann regnet es denn? Seit drei Tagen. Alles ist nass. Keller stehen schon unter Wasser, Flüsse schwellen an und im Radio spricht man schon von Stromabschaltung. Zinnflut, ganz klar. Das war vorhersehbar. Alles versinkt in den Fluten. Und du bleibst ruhig. Was kann man schon dagegen tun? Wenn Noah damals auch so gedacht hätte, wären alle im Eimer. Oder zumindest weg. Oder ersoffen. Oder tot. Noah? Arche Noah? So schlimm ist es schon? Keine Ahnung. Ich kenne Fluten, die haben ganze Städte zerstört. Und es regnet immer noch. Ach was. Auch damals bei der Zinnflut ging es schon irgendwie weiter. Weitergehen? Schau doch mal raus. Es ist ein göttliches Strafgericht für Mensch, Tier, Mann und Maus. Das ist eine saftige Kollektivstrafe. Kollektivstrafen fand ich in der Schule immer fies. Sagtest du Mensch und Tier? Mhm. Der Hund ist noch draußen. Ich geh' ihn holen. Oh, verdammt. Ich hab dem Nachbar versprochen, mich um seine beiden Katzen zu kümmern. So, Bello, sei brav. Sitz. Hast du das gesehen? Draußen steht eine Ziege. Und in der Küche rumpelt es. Oh, ich geh' mal ins Schlafzimmer. Oh, das ganze Haus, das ist voller Tiere. Willkommen auf der Arche. Oh, ich geh' mal ins Schlafzimmer. Oh, ich geh' mal ins Schlafzimmer. Oh, ich geh' mal ins Schlafzimmer.